Ich habe den Bachelorstudiengang Umweltingenieurwesen mit der Vertiefung Biologische Landwirtschaft und Hortikultur abgeschlossen und arbeite jetzt als Verkaufsberaterin für biologischen Pflanzenschutz. Ich habe mich für diese Vertiefung entschieden, weil für mich die Landwirtschaft wichtig ist und ich da auch sehr gute Jobaussichten gesehen habe. Der Hauptfokus meiner Tätigkeit ist, dass ich Obst und Weibauern berate im biologischen Pflanzenschutz. Bei meiner jetzigen Tätigkeit hilft mir, vom Studium besonders mit Informationen zu beschaffen und diese auch so weiterzugeben. Und was auch sehr wichtig ist für meinen Job, wo mir jetzt sehr viel hilft, ist, dabei auch die Gedanken mehr reinzutragen. Das Schönste finde ich in meinem Job ist, die Begegnung mit den Landwirten oder mit den Menschen und ihnen auch eine Hilfestellung zu leisten. Wichtig in meinem Job ist, dass man sich gut in diese Landwirte hineinversetzen und eine gute Lösung herbringen, die auf diesem Betrieb funktioniert. Und ich denke, es ist wichtig, dass man sie dann zusammen bringt. Das Wissen von mir und das Wissen vom Kunden gibt dann die optimale Lösung. Meine Kompetenz als Beraterin wird in der männerdominierten Welt wie die Landwirtschaft überhaupt nicht in Frage gestellt. Es ist ein Studium mit Zukunft, weil es weiterhin eine nachhaltige Lernwirtschaft braucht. Vielen Dank. Vielen Dank.